Und in Berlin begrüße ich jetzt den Strategie- und Kampagnenberater Julius Vandelaar. Herr Vandelaar, Sie waren zweimal im US-Wahlkampf für Obama tätig. Haben den Wahlkampf mitgestaltet und kennen Obama daher gut. Hat sich denn Obama in seiner Rede aus Ihrer Sicht gut verkauft? Ich glaube, die Rede, die wir gestern gesehen haben, war eindeutiges Zeichen, dass Obama zufrieden ist, wie er die letzten sechs Jahre gestaltet hat. Ich glaube, wir dürfen nicht vergessen, wie die Situation war, als er diese Amtszeit übernommen hat, nach George W. Bush und nach einer katastrophalen wirtschaftlichen Lage, die Jobs sind zurückgekommen. In den letzten Jahren haben die USA 11,2 Millionen neue Arbeitsplätze geschaffen, was keinem Präsidenten so in diesem rasanten Zeitpunkt gelungen ist. Insofern, Obama kann zufrieden sein. Und ich glaube, auch gestern hat er die Themen gesetzt, die er setzen wollte für die letzten zwei Jahre und natürlich auch mit die Agenda gesetzt für den Wahlkampf 2016. Obama hat ja in seiner Ansprache die Innenpolitik in den Mittelpunkt gestellt. War das angesichts der Krisen in der Welt, wie Terrorismus oder Wirtschaftsentwicklung, die richtige Strategie, um bei den Bürgern zu punkten? Es ist eine Wahlkampfweisheit, dass man sagt, it's the economy stupid, es geht um die Wirtschaft. Und insofern war, glaube ich, Obama gut beraten, den Fokus auf die Innenpolitik, auf die Wirtschaft, auf die Gesundheitspolitik zu legen und nicht auf die Außenpolitik. Selbstverständlich sind Themen wie ISIS, der Islamische Staat, aber auch Klimawandel, Guantanamo, Kuba, viele wichtige Themen, die Amerikaner natürlich auch beschäftigen. Aber schlussendlich schauen die Amerikaner zuerst auf ihren eigenen Geldbeutel, auf die eigene Arbeitsmarktsituation und auf die eigene Situation können sie ihre Familie gut ernähren und haben sie einen zuversichtlichen Ausschau in die Zukunft. Insofern, da war Obama gut beraten, den Fokus auf die Innenpolitik zu legen. Und da hat er auch die letzten sechs Jahre gepunktet, das war wichtig, einen Vordergrund zu stellen. Obama hat ja einen Schlussstrich unter die Krise in den USA gezogen. Redet er sich die Wirklichkeit da nicht ein bisschen schön? Ich glaube, wenn wir uns die Zahlen anschauen, 11,2 Millionen neue Jobs, die Arbeitslosenzahlen auf 5 Prozent gesunken. Ich glaube, da kann man nicht von Schönreden sprechen, dass es keinem Präsidenten gelungen, vor allem nicht George Bush vor ihm, auch Bill Clinton hat keinen schnelleren Wachstum gesehen. Insofern, ich glaube, die Zahlen sprechen da für sich selbst. Nichtsdestotrotz muss man sagen, dass weiterhin enorme Ungleichheit da ist, wenn es um die Verteilung des Wohlstands geht. Die unteren 80 Prozent haben genauso viel wie die oberen 0,1 Prozent. Und genau dort will Obama auch weiterhin ansetzen mit Programmen wie zum Beispiel einem Bildungsprogramm, das Amerikanern ermöglicht, zwei Jahre lang kostenlos zur Uni zu gehen. Da hat Obama genau gesagt, wo es hingeht, wo es weitergehen muss. Und wie gesagt, auch die Agenda gesetzt für Kandidaten wie zum Beispiel Hillary Clinton, die wahrscheinlich 2016 kandidieren werden und auch diese Legacy fortführen müssen.